ja mal wieder was gelernt scheint ist die königin louis schwester ich muss die kommentare ausschalten von den typen das mal gucken sorry alles wahrscheinlich in den katz ins auch die gespräche zu leise und damit hier ja guck hallo zottelmeier hat mich verschlagen hier das ist ja auch bestimmt einer drin ich sehe auch was zottelmeier die sind gar nicht so stark praktisch gleich ins lager damit ja der geht einfach durch den mit seinem riesen messer der ist jetzt ein bisschen stärker oder wie der rote zottelmeier hässlichkeiten überall hier Hallo, hallo? Ja. Das ist ein Trot. Perfekt. Oh. Ah. Alter, was? Der ist jetzt nicht mehr so stark. Gefühlt. Wie sind Vorgänger? Immer einer nach dem anderen. Dann geht das schon. Okay. Verkackt. Okay. gonna shoot down at us. Hey. Ey, er hat's voll drauf, ne? Was? Der weiße Ritter, der... Ritter edelweiß. Alter! Uiuiuiuiuiuiuiuiuiui. Rabenanzug plus drei, okay. Ich nur wüsste, was die ganzen Anzüge und Dinger und so machen. Zack, 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 zack. Ich bin auf mein Weg. Ach, du wartest auf mich. Das ist aber nett. Ich bin der erste Gegner in diesem Spiel, den ich allein besiegt habe. Ich bin der erste Gegner in diesem Spiel, den ich allein besiegt habe. Das ist echt cool. So. Du musst, was du kannst, was du kannst. Mhm, mhm, mhm. Ich bin der erste, was du kannst, was du kannst, was du kannst. Ich bin der erste, was du kannst. Da komm ich aber nicht hin, so wie ich das seh. Also ich spring da runter vielleicht. Gib mir diese Entscheidung. Hier wäre eine schlechte Idee. Interessant. Dieser Weg war auch eine Option, oder? Nachtsperr plus 3. Hold on. Ich bin auf meinem Weg. Hä. Krass. Also da kommt man nicht runter. Ah, da. Lass mich dir helfen, mein Junge. Ähm. Aha, hier geht's dann so. Ja. Boah, echt fast runter gelaufen. Schiff? Ah ja. Wird so'n... Easy. We got something we can use? Lass mich hier runter, oder? Ja. Wie geht's denn? Hei. Schreck mich nicht so. kurz gucken was da oben ist perfekte karte ja mit der karte und jetzt rasten was du nicht sagst ja gibt es ein richtig geiles zeug da noch fürs erste reichen mir die stufenaufstiege schocken wir ja es ist ein mach kaputt was dich kaputt macht was ist das eine plus 3 waffe sorry ich habe gesagt ich mache es nicht aber ich muss jetzt doch hier gucken wo steht das hier plus drei ich nutze die ganze zeit für standard waffe das ding hier plus drei auf jeden fall und hier haben wir ja auch was gutes zwei händler plus eins ja probieren wir mal was anderes hält da nichts von selber so eine waffe aber hält nichts davon das ist eine riesen dinge das ist so eine schrotflinte ja ja jetzt immer falsch zurück wohl wohl hier sind wir falsch ja nur um zu überprüfen schlicht der dorn nachtklaue plus eins nachtschperr plus drei ich glaube das ist alles besser als meins ne komm ja hast er gleich im ruf ok sieht man auch endlich mal wo der stachel herkommt ja 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 mal ausrasten und das neue oder Ja, ganz ehrlich, die Waffe? Nee Zumindest meins Nicht meins Aber die Oh, ist viel langsamer mit der, ja Was? Noch Gegner Ah, ich kann den Move nicht machen Das ist so Äh, meinst du, ja? Wo ist jetzt dieses Schwert? Da Das Abendrot Ich bleib bei dem Schnell und schwer zuschlagen Oder stark Manchmal auch Beides Dein Voll versaut So Ah Meine Herren Wo ist jetzt hier echt drüber? Guck ich doch her, oder? Ah, ich weiß doch, über alles schon, no? Vorne ist ein X. Das X markiert die Stelle. Die Tür geht hier auf? Ach da! Ach da! Ja, ich laufe da jetzt noch ein bisschen hier rum. Ich komme da nicht hin. Gibt es ja nicht. Hier waren wir schon. Bitteschön! Hallo! Haben sie Genehmigung für diese Feuerwerk... Aktion hier? Oh, komm! Nein! Die können sterben! Ja, wie? Ich muss sie jetzt weg, oder was? Mal gucken, ob wir den wiederholen können. Sonst wäre es jetzt blöd, ne? Der hat uns so gut geholfen. Hier war das irgendwo, ne? Ja... Ja... Genau, das ist der Verrückte... ...als hier die Mistel. Die ich nicht nutzen kann. Ist gut. Run! Ja, Profi-Spieler hier... ...merkt man wahrscheinlich nicht. Was soll denn der Mist? Ganz ehrlich, die waren nie da. Ja... So Leute, da sind wir wieder zurück. Ich habe den Weg jetzt gefunden. Ich weiß nicht, wie ich ihn übersehen konnte. Es tut mir leid. In der Zwischenzeit ist er schon ein bisschen gelabelt worden. Und ja... Vielleicht kriegt er den Content. Aber... Ich denke mal, ich erspare euch das. Weil es waren nur Kämpfe. Und... ...keine Cutscenes oder so. Das ist ziemlich langweilig. Autsch. Ja. Ist eigentlich nichts passiert. Wie gesagt. Das kennen wir alle schon hier. Ja. Wie gesagt. ja an dem bin ich vorhin gestorben bzw ich bin ihm ausgewichen bin dann hier runtergefallen ist ja das war ein kampf ja das war ein richtiger kampf also ich bin immer da hochgelaufen immer offensichtlich geht es ja hier weiter ich habe es nicht gesehen gehen wir uns jetzt schnell heilen und dann gehen wir wieder hoch jetzt gleich der verrückte ums Eck okay 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 so hat den buff gar nicht bekommen anscheinend kommen die anderen jetzt oder haben wir die im gang ja der mongang okay hier geht es weiter halt ab spezialist hier oder was hallo ja nee ich dachte es ist ein ganz normaler schütze oder so aber das wäre ja irgendwie auch vorher zu schweinen es ist nicht gesund alter bitte bitte wo ist der gegner wo ist der gegner da oben la 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 ha überreste schön schön oh gott sei dank okay nein es ist nur eine map oder nee zum ausruhen gut ach gott aha sieht mir wieder mal nach dem boss raum aus mal gucken wir mal rein da junge was ist mit deiner haut geht gut auf ist du 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 Oh du kleine Ratte. Jetzt wechselt er die Waffe. Ich bin kaum schaden, wer das. Ja. Ja. Nein, verfehlt. Darf mich nicht erwischen. Ja, endlich. Der war jetzt schon eher hart. Ohne Partner würde ich keinen einzigen Boss legen. Schon traurig. Ach, tu doch nicht so. So, where are you dragging us off to next? What? The blood vein here leads to the Old City Ruins. Huh? Wait, hold on a second. Shouldn't it lead from the Old City Ruins? Singing? Hey, look at that. How are you watching? IchVIDIA 第 6 Die 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 Das ist... Es ist er. Es ist der Hunter. Ist die Frau seine Partner? Ich weiß nicht, was deine Geschichte ist. Aber die Frau, jetzt! Was ist das? Vielen Dank.